Ah, das ist ja mal richtig cool. Ein Auto-Tracking-Stativ von Temo. Für 20 Euro. Das muss ich euch unbedingt heute mal vorstellen. Der Hammer. Kommt mal mit. Mal gucken, ob das schon da ist. Sehr gut. Das Platz ist auch wieder frei. Alles ist aufgeräumt. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tom Me. Ja, meine lieben Freunde. Heute möchte ich euch mal ein Auto-Face-Tracking für Smartphones vorstellen. Habe ich bei Temo geschossen für 20 Euro. Jetzt kostet es, glaube ich, 21, 22 Euro. So sieht der Karton aus. Ein bisschen zerbeult ist er angekommen, aber ich glaube, es funktioniert. Richtig cool. Mit ein, zwei Funktionen, die richtig schul... Also der Tracker verfolgt einen quasi, wenn man so mit den Augen nach links oder rechts sich bewegen sollte. Richtig cool auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, lasst uns das mal auspacken und gucken, was da alles so mitgeliefert worden ist. Ja, genau. So, auf ist das gute Teil ja schon. Und dann, mal gucken, was sich alles da so drinnen befindet. Da haben wir zunächst einmal den Halter. Der sieht so aus. Denn ein USB-Kabel, das wird wahrscheinlich hier aufgeladen. Genau. Wird hier drüber aufgeladen. Und hier haben wir das gute Teil. Hier können wir das Smartphone dann rein kabüstern. Ihr könnt es quer oder auch im Hochformat machen. Dann haben wir hier an der Linse noch zwei Einstellungen. Entweder ihr steht oder ihr könnt euch hinsetzen. Wir müssen einfach nur drauf drücken. Und so ist das ganz gut gemacht. Weitere Funktionen haben wir nicht. Wir können es auch, wie gesagt, an einem größeren Stativ festmachen. Das ist nur so eine Art Standbein für den Tisch. Das können wir dann hier verbinden. Haben wir es schon mal jetzt gemacht. So sieht es dann aufgestellt aus. Richtig cool. Bedienungsanleitung und, ja genau. Ladekabel ist am Start. Einmal auf Englisch und einmal auf Japanisch. Aber allzu schwer ist es nicht. Es ist jetzt Stand. Und als kleine Zusatzfunktion haben wir so eine Art Gestensteuer. Wenn ihr so macht, macht sie auf Standby und so heißt, geht weiter. Ja, mehr gibt es nicht zu erzählen. Long Press, ach so, Langrotation, Long Press. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, lasst uns das Ganze mal anschalten. Und genauer, ja, starten. Das ist die Sache, die wir machen wollen. Starten, starten, starten. Dazu müssen wir einfach nur den Button drücken. Aber erst mal das Smartphone holen. Hier haben wir ein iPhone. Passt für alle gängigen Smartphones, würde ich mal jetzt so behaupten. Und dann packen wir es einfach hier rein. Einfach auseinanderziehen. Und hier versuchen reinzuklabüstern. Na komm, so. Und jetzt ist es bereits drin. Wie gesagt, ihr könnt es auch drehen. Oder eben so, genau. Dann werden wir mal so eine Art Test machen. Und zwar werde ich hier als kleines Beweichchen hier so eine kleine Kamera mal vollfüllen, damit ihr sehen könnt, ich tue so, als ob ich jetzt ein TikTok-Video mache. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal an. Und dann, sagen wir, wir drücken, bis es grün ist. Und jetzt, ja, es funktioniert auf jeden Fall. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, deshalb müsste ich euch mal ein bisschen dichter rannehmen. So meinte ich das gar nicht. Wartet. So. Auf jeden Fall funktioniert es richtig gut. Und jetzt versuchen wir mal die Gestensteuerung. Mal gucken. Jetzt sollte es auf Stand-by gehen. Oh, Moment. Wahrscheinlich sind wir zu dicht dran. Egal. Oh, jetzt ist es auf Stand-by hier. Und jetzt machen wir es wieder an. Na. Es ist, ja, jetzt ist es wieder an. Jetzt ist es wieder auf grün. Und wir können uns wieder freizügig bewegen. Wo ist das Auge hier? Ist ein bisschen schwierig. Ja, wahrscheinlich jetzt wegen der Kamera, nennen sie. Wir machen mal kurz Pause. Ah, da ist sie wieder. Und richtig cool auf jeden Fall. So, ich habe euch mal wieder angestöpselt. 360 Grad kann der tracken. Mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen. Jawohl. Ein bisschen schwierig. Moment. Ja, aber wie ihr sehen könnt, es funktioniert einwandfrei. Richtig cool. Na, komm her. Jawohl. Wo ist das Auge? Sehr schön. Wir haben auch die korrekte Position gewählt, im Sitzen natürlich. Und es funktioniert as rein. 360 Grad geht auch. Und wieder zurück. Wo ist das Auge? Wo ist mein schönes Sonntag? Das ist richtig cool. Und Gestensteuerung funktioniert natürlich auch richtig klasse. Warten wir mal. Wir gucken mal auf, ob wir das jetzt auf Anhieb mal Funkt hinbekommen. Und dann können wir den Punkt sehen. Moment mal kurz. Da ist der grüne Punkt. Mal gucken. Also einmal so. Genau, jetzt ist er auf Rot hier oben. Und jetzt machen wir wieder an mit der Gestensteuerung. Na. Ja, und jetzt ist er wieder am Start. Richtig cool. Okay. 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 Kommen wir zu meinem kleinen Testergebnis. Also ich finde diesen Eye-Tracker oder dieses Stativ-Tracker-Teil richtig gut gelungen. Für 20 Euro kann man nichts verkehrt machen und es funktioniert tadellos von Temo. Also mal guter Temo-China-Schrott für 20 Euro, kann man nichts verkehrt machen, funktioniert einwandfrei und wie gesagt, ihr könnt es auch an anderen Stativen machen und im Stehen und Sitzen könnt ihr damit rumspielen, kann man nichts verkehrt machen. Tolles Teil, Daumen nach oben, wenn ihr Fragen haben sollt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten war es das von meiner Seite aus, euer sensationeller Tiny Tommy, ciao! WDR 2022 WDR 2022